...visierte die Fans, die Mannschaft mit den Neuzugängen Donati und Zorn. Erstmals Donati, Kopfballvorlage Bönisch und Hoeng Min Zorn ist zur Stelle. Erstes Spiel und gleich der erste Treffer für Bayers neue Nummer 7. Castro im Zusammenspiel mit Donati, Kopfballvorlage Bönisch und Hoeng Min Zorn ist zur Stelle. Erstes Spiel und gleich der erste Treffer für Bayers neue Nummer 7. Sekunden später Castro im Zusammenspiel mit Donati, Kopfballvorlage Bönisch und Hoeng Min Zorn ist zur Stelle. Erstes Spiel und gleich der erste Treffer für Bayers neue Nummer 7.